Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und nun ist es endlich soweit. Lange, lange, lange habe ich es euch schon angekündigt. Letztes Jahr habe ich ja ganz klar gesagt, die einzige Begründung, warum Star Stable den Lipizzaner nicht zum Reitsportfestival zurückbringt, ist ganz klar, dass der Lipizzaner ein Rework bekommt. Und jetzt, finally, kann ich euch etwas davon zeigen, denn nämlich Star Stable hat einen offiziellen eigenen Spoiler rausgehauen. Und dieser Spoiler, den gucken wir uns jetzt zusammen an, denn Star Stable hat über einen ihrer Ambassadors, nämlich uns diese Sachen hier, geliefert. Und das ist der Lipizzaner Generation 3. Lipizzaner Generation 3, so wird er aussehen und in Bewegung sieht der Lipizzaner so aus. Wir sehen auch hier, das ist also dann anscheinend seine besondere Animation. wird während des Reitsport-Events, also während des Equestrian Festivals rauskommen. Star Stable hat aber auch ganz klar verlauten lassen, dass in zwei Tagen anscheinend die Roadmap kommen soll. Und dann wird auch darüber mehr bekannt gegeben. Also dann wird auch mehr bekannt gegeben über den Lipizzaner Generation 3. Ich bin sehr gespannt, macht einen sehr guten Eindruck. Ich glaube auch, dass es bestimmt ein Pferd werden könnte, was bei einigen Tressur-Clubs bestimmt auch noch eins zu Hause finden wird. Ich bin gespannt, was sagt ihr denn eigentlich zum Lipizzaner Generation 3? Und übrigens, wenn ihr dieses Video innerhalb der ersten Stunde nach seinem Release schaut, schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare rein. Bin echt gespannt darauf. Und dann gucken wir uns noch mal ein paar weitere Sachen hier an. Hier sehen wir auch noch mal einen weiteren sehr, sehr schön gestalteten Lipizzaner. Finde ich persönlich eigentlich sogar noch deutlich schöner als den Schimmel. Wirkt hier irgendwie, wirkt er unfassbar schnell. Geht das nur mir so? Oder wirkt der Lipizzaner hier noch deutlich schneller, als er eigentlich in Wirklichkeit dann ist? Es wirkt so, als wäre er absolut schnell hier durch. Das liegt aber wahrscheinlich so ein bisschen an der Perspektive. Und wow. Sieht sehr, sehr edel aus in dieser Farbe, muss ich ganz klar sagen. Ich mag auch die Idle-Animation. Also wenn man sich nicht bewegt, da sieht man jetzt hier nochmal wie er eidelt. Sieht sehr elegant aus, muss ich ganz klar sagen. Es ist, finde ich, ein wirklich schön gemachtes Pferd. Also muss ich ganz klar sagen, als Generation 3 Lipizzaner macht er einen sehr guten Eindruck. Wir haben jetzt hier die drei Farben, die wir jetzt hier gesehen haben. Also wir haben den Schimmel, den Apfelschimmel und dann nochmal den Dunkelbraunen in dieser Variante. Diese drei können wir jetzt schon mal sagen, sind da ganz klar bestätigt. Aber es wird safe auch die normalen Farben des Lipizzaners geben. Finde persönlich, dass es richtig, richtig schön ausschaut von der Art her. Gefällt mir persönlich wirklich gut. Ich bin echt gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wie gefällt euch der Lipizzaner Generation 3? Und dann sage ich, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wir werden safe demnächst noch mehr darüber sehen können. Über den Lipizzaner Generation 3, über Star Stables, neustes Generation 3-Fett. Was am Reitsportfestival kommen wird, also nicht diese Woche Mittwoch, sondern in der Woche drauf. Nicht unbedingt beim ersten, nicht unbedingt in der ersten Woche, aber es kann dann quasi während des Reitsportfestivals kommen. Also es kann sozusagen mal sein, nächste Woche kommt ja erstmal das Racing Update. Dann wird wahrscheinlich direkt danach in Woche 1 des Reitsport-Events, wird sehr wahrscheinlich, ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke, dass in Woche 1 des Reitsport-Events kommt dann das UI-Update und das Pferde-Bindungs-Update, damit sie die technischen Sachen durchhaben. Und dann kommt wahrscheinlich so in Woche 2, Woche 3 wird dann der Lipizzaner Generation 3 kommen. Mehr wissen wir dann aber auf jeden Fall, sobald dann das nächste Update da ist, sobald dann am 30. März wir mit der neuen Roadmap mehr darüber sagen können. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.